Zweiter Teil. Seinesgleichen geschieht. Kapitel 20. Berührung der Wirklichkeit. Ungeachtet des Fehlens von Eigenschaften benimmt sich Ulrich tatkräftig und feurig. Dass Ulrich sich wirklich entschloss, dem Grafen Stallburg seine Aufwartung zu machen, hatte er unter verschiedenen Gründen nicht zuletzt den, dass er neugierig geworden war. Graf Stallburg amtierte in der kaiserlichen und königlichen Hofburg und der Kaiser und König von Karkanien war ein sagenhafter alter Herr. Seither sind ja viele Bücher über ihn geschrieben worden und man weiß genau, was er getan, verhindert oder unterlassen hat, aber damals im letzten Jahrzehnt von seinem und Karkaniens Leben gerieten jüngere Menschen, die mit dem Stand der Wissenschaften und Künste vertraut waren, manchmal in Zweifel, ob es ihn überhaupt gäbe. Die Zahl der Bilder, die man von ihm sah, war fast ebenso groß wie die Einwohnerzahl seiner Reiche. An seinem Geburtstag wurde ebenso viel gegessen und getrunken wie an dem des Erlösers. Auf den Bergen flammten die Feuer und die Stimmen von Millionen Menschen versicherten, dass sie ihn wie einen Vater liebten. Endlich war ein zu seinen Ehren klingendes Lied, das einzige Gebilde der Dichtkunst und Musik, von dem jeder Karkanier eine Zeile kannte. Aber diese Popularität und Publizität war so überüberzeugend, dass es mit dem Glauben an ihn leicht ebenso hätte bestellt sein können wie mit Sternen, die man sieht, obgleich es sie seit Tausenden von Jahren nicht mehr gibt. Das Erste, was nun geschah, als Ulrich zur kaiserlichen Hofburg fuhr, war, dass der Wagen, der ihn dahin bringen sollte, schon im äußeren Burghof anhielt, und es begehrte der Kutscher abgelohnt zu werden, indem er behauptete, dass er zwar durchfahren, aber im inneren Hof nicht stehen bleiben dürfe. Ulrich ärgerte sich über den Kutscher, den er für einen Schwindler oder einen Hasenfuß hielt, und suchte ihn anzutreiben, aber er verblieb ohnmächtig gegenüber dessen ängstlicher Beigerung, und plötzlich fühlte er in ihr die Ausstrahlung einer Gewalt, die mächtiger war als er. Als er den inneren Hof betrat, fielen ihm darauf die zahlreichen roten, blauen, weißen und gelben Röcke, Hosen und Helmbüsche sehr in die Augen, die dort steif in der Sonne standen wie Vögel auf einer Sandbank. Er hatte bis dahin die Majestät für eine bedeutungsweise Redewendung gehalten, die man eben noch beibehalten hat, gerade so wie man ein Atheist sein kann und doch Grüß Gott sagt. Nun aber strich seinen Blick an hohen Mauern empor, und er sah eine Insel, grau, abgeschlossen und bewaffnet da liegen, an der die Schnelligkeit der Stadt ahnungslos vorbeischoss. Er wurde, nachdem er sein Begehren angemeldet hatte, über Treppen und Gänge, durch Zimmer und Säle geführt, obgleich er sehr gut gekleidet war, fühlte er sich dabei von jedem Blick, dem er begegnete, vollkommen richtig eingeschätzt. Kein Mensch schien hier daran zu denken, geistige Vornehmheit mit wirklicher zu verwechseln, und es verblieb Ulrich keine andere Genugtuung als die durch ironischen Protest und bürgerliche Kritik. Er stellte fest, dass er durch ein großes Gehäuse mit wenig Inhalt gehe. Die Säle waren fast unmöbliert, aber dieser leere Geschmack hatte nicht die Bitterkeit eines großen Stils. Er kam an einer lockeren Folge einzelner Gardisten und Diener vorbei, die einen mehr Unbeholfenen als prunkvollen Schutz bildeten, den ein halbes Dutzend gut bezahlter und ausgebildeter Detektive wirkungsvoller besorgt hätte, und vollends die wie Bankboten grau bekleidete und bekappte Dienerart, die sich zwischen den Lakaien und Garten umtrieb, ließ ihn an einen Rechtsanwalt oder Zahnarzt Denken, der Büro- und Privatwohnung nicht genügend trennt. Man fühlt deutlich hindurch, dachte er, wie das als Pracht, die er einst biedermeierische Menschen eingeschüchtert haben mag, aber heute hält es nicht einmal den Vergleich mit der Schönheit und Annehmlichkeit eines Hotels aus und gibt sich darum recht schlau als vornehme Zurückhaltung und Steifheit. Als er aber beim Grafen Stallburg eintrat, empfing ihn seine Exzellenz in einem großen, hohlen Prisma von bester Proportion, in dessen Mitte der unscheinbare, kahlköpfige Mann, leicht vorgeneigt und oranghaft geknickt in den Beinen, in einer Weise vor ihm stand, wie eine hohe Hofcharge aus vornehmer Familie unmöglich durch sich selbst aussehen konnte, sondern nur in Nachahmung von irgendetwas. Die Schultern hingen ihm vor und die Lippe herunter. Er glich einem alten Amtsdiener oder einem braven Rechnungsbeamten. Und plötzlich bestand kein Zweifel mehr, an wen er erinnerte. Graf Stallburg wurde durchsichtig und Ulrich begriff, dass ein Mann, der seit siebzig Jahren der allerhöchste Mittelpunkt höchster Macht ist, eine gewisse Genugtuung darin finden muss, hinter sich selbst zurückzutreten und dreinzuschauen, wie der Subalternste seiner Untertanen, wonach es einfach zu gutem Benehmen in der Nähe dieser allerhöchsten Person und zur selbstverständlichen Form der Diskretion wird, nicht persönlicher auszusehen als sie. Dies scheint der Sinn dessen gewesen zu sein, dass sich die Könige so gern auch die ersten Diener ihres Staates nannten. Und mit einem raschen Blick überzeugte sich Ulrich, dass seine Exzellenz wirklich jenen eisgrauen, kurzen, am Kinn ausrasierten Backenbad trug, den alle Amtsdiener und Eisenbahnportiers in Karkanien besaßen. Man hatte geglaubt, dass sie in ihrem Aussehen ihrem Kaiser und Könige nachstrebten. Aber das tiefere Bedürfnis beruht in solchen Fällen auf Gegenseitigkeit. Ulrich hatte Zeit, sich das zu überlegen, weil er eine Weile warten musste, ehe seine Exzellenz ihn ansprach. Der schauspielerische Verkleidungs- und Verwandlungsurtreib, der zu den Lüsten des Lebens gehört, bot sich ihm ohne den geringsten Beigeschmack, ja wohl ganz ohne Ahnung von Schauspielerei, da. So stark, dass ihm die bürgerliche Gepflogenheit, Theater zu bauen und aus dem Schauspiel eine Kunst zu machen, die man stundenweise mietet, neben dieser unbewussten, dauernden Kunst der Selbstdarstellung, als etwas ganz und gar Unnatürliches, Spätes und Entzweigespaltenes vorkam. Und als seine Exzellenz endlich eine Lippe von der anderen gehoben hatte und zu ihm sagte »Ihr lieber Vater« und schon stecken blieb, in der Stimme aber doch etwas lag, was die bemerkenswert schönen gelblichen Hände wahrnehmen machte. Und etwas wie eine gespannte Moralität rings um die ganze Erscheinung fand Ulrich das reizend und beging einen Fehler, den geistige Menschen leicht begehen. Denn seine Exzellenz fragte ihn dann, was er sei und sagte »So, sehr interessant, an welcher Schule?«, als Ulrich Mathematiker geantwortet hatte. Und als Ulrich versicherte, dass er mit Schule nichts zu tun habe, sagte seine Exzellenz »So, sehr interessant, ich verstehe. Wissenschaft, Universität.« Und das kam Ulrich so vertraut und ordentlich, genauso vor, wie man sich ein feines Konversationsstück vorstellt, dass er sich unversehens benahm, als sei er hier zu Hause und seinen Gedanken folgte, statt dem gesellschaftlichen Gebot der Lage. Es fiel ihm plötzlich Moosbrugger ein. Hier war die Macht der Begnadigung ja in der Nähe, und nichts erschien ihm einfacher als der Versuch, ob man von ihr Gebrauch machen könnte. »Exzellenz«, fragte er, »darf ich mich bei dieser günstigen Gelegenheit für einen Mann verwenden, der mit Unrecht zum Tode verurteilt worden ist?« Bei dieser Frage riss Exzellenz Stahlburg die Augen auf. »Einen Lustmörder, allerdings«, gestand Ulrich zu. Aber in diesem Augenblick sah er selbst ein, dass er sich unmöglich benahm. »Einen Geisteskranker, natürlich«, suchte er sich rasch zu verbessern, und »Exzellenz wissen, dass unsere Gesetzgebung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts in diesem Punkt rückständig ist«, hätte er beinahe hinzugefügt. Aber er musste schlucken und saß fest. Es war eine Entgleisung, diesem Mann eine Erörterung zuzumuten, wie sie Leute, denen an geistigen Umtrieben gelegen ist, oft ganz zwecklos auf sich nehmen. So ein paar Worte, richtig eingestreut, können fruchtbar wie lockere Gartenerde sein, aber an diesem Ort wirkten sie wie ein Häuflein Erde, das einer versehentlich an den Schuhen ins Zimmer getragen hat. Aber nun, da Graf Stahlburg seine Verlegenheit bemerkte, bewies er ihm wahrhaft großes Wohlwollen. »Ja, ja, ich erinnere mich«, sagte er, nachdem Ulrich den Namen genannt hatte, mit einiger Überwindung. »Und Sie sagen also, dass das ein Geisteskranker sei und möchten diesen Menschen helfen?« »Er kann nichts dafür.« »Ja, es sind immer besonders unangenehme Fälle.« Graf Stahlburg schien sehr unter ihren Schwierigkeiten zu leiden. Er sah Ulrich hoffnungslos an und fragte ihn, als sei doch nichts anderes zu erwarten, ob Moosbrugger schon endgültig abgeurteilt sei. Ulrich musste verneinen. »Na, nun sehen Sie«, fuhr er erleichtert fort. »Dann hat er sich, hat es ja noch Zeit.« Und er begann von »Papa« zu sprechen, den Fall Moosbrugger in freundlicher Unklarheit zurücklassend.« Ulrich war durch seine Entgleisung einen Augenblick geistesungegenwärtig geworden, aber merkwürdigerweise hatte dieser Fehler auf Exzellenz keinen schlechten Eindruck gemacht. Graf Stahlburg war zwar anfangs beinahe sprachlos gewesen, so als ob man in seiner Gegenwart den Rock ausgezogen hätte. Dann aber kam ihm diese Unmittelbarkeit an einem so gut empfohlenen Mann tatkräftig und feurig vor. Und er war froh, diese zwei Worte gefunden zu haben, denn er war des Willens, sich einen guten Eindruck zu bilden. Er schrieb sie. »Wir dürfen hoffen, einen tatkräftigen und feurigen Helfer gefunden zu haben«, zugleich in das Einführungsschreiben, das er an die Hauptperson der großen vaterländischen Aktion aufsetzte. Als Ulrich einige Augenblicke später dieses Schreiben empfing, kam er sich wie ein Kind vor, das man verabschiedet, indem man ihm ein Stückchen Schokolade ins Händchen presst. Er hielt nun etwas zwischen den Fingern und nahm Weisungen für einen weiteren Besuch entgegen, die ebenso gut ein Auftrag wie eine Bitte sein konnten, ohne dass sich eine Gelegenheit bot, Einspruch dagegen zu erheben. Das ist ja ein Missverständnis. Ich habe doch nicht im Mindesten die Absicht gehabt, hätte er sagen mögen. Aber da war er schon auf dem Weg, zurück durch die großen Gänge und Seele. Er blieb plötzlich stehen und dachte, »Das hat mich ja wie einen Kork gehoben und irgendwo abgesetzt, wohin ich gar nicht wollte.« Er betrachtete neugierig die hinterlistige Einfachheit der Einrichtung. Er dürfte sich ruhig sagen, »Sie mache auch jetzt keinen Eindruck auf ihn. Das war bloß eine nicht weggeräumte Welt.« Aber welche starke, sonderbare Eigenschaft hatte sie ihn doch fühlen lassen. Zum Teufel, man konnte es kaum anders ausdrücken. Sie war einfach überraschend wirklich.